Ein Science-Fiction-Action-Film der Extraklasse bekommen wir mit Tom Cruise in der Hauptrolle. Damit herzlich willkommen zu meiner spoilerfreien Filmkritik zu Edge of Tomorrow Live Die Repeat. Mit Edge of Tomorrow bekommen wir so einen richtig schönen klassischen Action-Film mit einer Science-Fiction-Komponente. Es geht hier ein bisschen um die Zeitmanipulation, was im ersten Moment ein bisschen abgedreht wirken könnte. Man muss aber dazu sagen, dieser Film findet im Rahmen seiner Welt, um es mal so zu formulieren, hier geht es ja um eine Alien-Invasion, findet er eine logische Erklärung für dieses Zeitsprung-Element. Da kommt auch der Titel her, Live Die Repeat. Leben, Sterben, Wiederholen. Ganz einfach und diese drei Wörter sind sehr prägend für den gesamten Filmablauf, denn immer wenn unser Hauptcharakter stirbt, dann beginnt der Tag aufs Neue. So richtig schön täglich grüßt das Murmeltier in einer Science-Fiction-Action-Baller-Komponente. Muss man wirklich mal so festhalten. Und das ist einfach so eine Mischung, wo ich dazu sagen muss, finde ich relativ gelungen, finde ich relativ geil. Auch die Story, muss man dazu sagen, bietet mehr als im ersten Moment den Anschein erweckt. Und das Schöne ist, wir haben hier wirklich, ja ich sag mal, wie oft erleben wir Tom Cruise hier in seinem Tagesablauf, der sich wiederholt. Ich müsste jetzt mal raten, über einen Film gesehen, 60 oder 70 Mal? Bestimmt, also man müsste wirklich mal mitzählen. Wäre super für ein Trinkspiel übrigens, weil wenn man so einen Film abmacht, immer wenn er stirbt, wird einer getrunken. So gesehen Trinkspiel-Empfehlung oder Tipp an dieser Stelle einmal. Und das Schöne ist, wir haben erstmal diesen ersten Tagesablauf, der da relativ lange sich Zeit nimmt, uns das einmal zu zeigen. Und dann werden die Abschnitte danach aber immer kürzer, 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 kürzer. Deswegen, also was das dann betrifft, es gibt hier Tage, die sind wirklich, ja das sind 4, 5 Sekunden und dann beginnt der nächste Tag, weil das war's. Und das ist halt der Punkt, warum dieser Film an sich nicht langweilig wird. Und er schafft es auch immer wieder, einem immer so ein Portionier Neues zu geben und auch mal ein bisschen zu überraschen. Und dann geht es auch mal in das Unbekanntere zurück. Wir sehen Szenen zum ersten Mal, wir sehen aber auch Wiederholungen. Und er schafft es aber immer, diese Wiederholungen auch aus verschiedenen Perspektiven zu zeigen. Das ist einfach das, was der Film einfach unglaublich gut hinbekommt und wodurch er auch für mich nie langweilig wird. Und die Story auch, ja gar nicht so platt ist, wie sie im ersten Moment erscheint. Also für einen Actionfilm ist das erstaunlich gut, muss man wirklich dazu sagen. Das ist eine Story, die macht Spaß, die ist jetzt nicht zu komplex, man kann ihr gut folgen. Das ist einfach ein Actionfilm, der Spaß macht und sogar noch eine Story bereithält, die halt nicht nur lose irgendwie die Szenen verbindet. Und das finde ich als sehr gelungen. Zur technischen Umsetzung sei gesagt, ich habe Edge of Tomorrow jetzt in meiner Filmkritik einmal drin. Weil ja, der Film kommt aus meiner Blu-ray Sammlung. Ich habe ihn auf Blu-ray geguckt mit natürlich DTS-HD Ton in unkomprimierter Variante. Ich bin aber bei Edge of Tomorrow gestolpert, weil ich habe jetzt nach so vielen durchschnittlichen Filmen der letzten Zeit einfach mal Bock auf einen guten Film gehabt. Bin bei Prime über Edge of Tomorrow gestolpert. Also bei Amazon Prime ist er jetzt drin. Da könnt ihr ihn kostenlos gucken. Für alle, die ihn tatsächlich noch nicht gesehen haben sollten, ist eine mega Empfehlung oder Lust haben, mal wieder einen guten Film zu sehen. Es ist für mich die Nummer 1 Empfehlung, ihn gerade zu gucken. So kam ich darauf, die Blu-ray wieder aus dem Schrank zu kramen, weil wenn sie da steht, dann stream ich natürlich nicht. Und in dem Zuge kann ich dazu sagen, Bildqualität in 21 zu 9 Bildformat kommt sie daher. Die Bildqualität der Blu-ray, ich muss sagen, von wann ist er Edge of Tomorrow? Ich kann mal gerade gucken, der Film ist tatsächlich von 2014 und ich muss zugeben, so wahnsinnig gut ist er von der Bildqualität irgendwie nicht gealtert. Versteht mich nicht falsch, wir haben hier eine gute Bildqualität, aber so in vielen Einstellungen fehlt halt doch irgendwie, naja, ich sag mal, in diversen Einstellungen sieht es aus wie eine gute Streamingqualität. Aber da ist die Blu-ray ja normalerweise eine gute Schippe drüber. Und das schafft die Blu-ray tatsächlich über weite Teile nicht auf die Leinwand zu transportieren. Zur tonalen Umsetzung sei gesagt, Edge of Tomorrow ist schön von der Dynamik, der Film, der macht einfach Spaß, der hat eine super Surround-Darstellung. Was mir bei Edge of Tomorrow beim Sound aber so ein bisschen, ja, ich sag mal, mich ein bisschen enttäuscht immer. Wir haben im Grunde, wir haben auch einen Tiefton, wir haben auch Struktur im Tiefton, wir haben auch verschiedene Elemente. Aber ich sag mal so grob gesagt, wie es ist, immer wenn ein tiefer Ton kommt, ist da so ein Hubschrauberflugzeug im Bild, so ein Landungsschiff. Das ist so der Tiefbass im Sinne vom Tiefbass oder mal die eine Explosion, die sich ja immer wiederholt, aber somit immer den gleichen Explosion-Sound-Effekt mitbringt. Das heißt, beim ersten Mal hört er den und sagt, boah, geil, und dann hört er das zweite und dritte Mal und dann kennt man das ja eigentlich irgendwo schon. Und somit bleibt das Überraschungsmoment dieser Action-Szene ein bisschen aus. Und die anderen Basselemente, die so ein bisschen reinkommen, gerade um den Subwoofer darzustellen, sind halt diese, ja, diese kinetischen Anzüge, wo diese Maschinengewehre dranhängen. Und dann ballern sie damit durch die Gegend. Und es ist aber auch dieser Bass von dem Maschinengewehr. Und im Grunde fühlt sich der Film so ein bisschen so an, als wenn wir hier wirklich immer so die gleichen drei Subwoofer-Elemente haben, um den Tiefton darzustellen. Ja, und die wiederholen sich halt dann immer so ein bisschen. Und dadurch wirkt das Ganze nicht so abwechslungsreich, wie man es tatsächlich aus vielen anderen Filmen kennt. Um mal ein Beispiel zu nennen, Ready Player One, die Anfangsszene, Kapitel 2 mit dem Rennen. In diesem Rennen sind zehnmal mehr Bassvariationen drin, als bei Edge of Tomorrow im gesamten Film. Und das ist das, was ich auf tonaler Hinsicht da vielleicht ein bisschen enttäuschend finde. Aber der Ton, der da ist, ist wirklich hervorragend abgemischt. Da kann man nicht wirklich was beanstanden. Im Fazit bleibt für mich festzuhalten, dass wir mit Edge of Tomorrow knapp zwei Stunden, ja, Science-Fiction-Action-Unterhaltung bekommen, die ich mit vier Sternen bewerte. Es ist ein richtig guter Film. Es ist kein Meisterwerk in dem Sinne, dass man ihn gesehen hat, dass er in jede Sammlung gehört irgendwo. Wobei ich dazu sage, meine Sammlung hat das ja geschafft. Ich finde, es ist aber kein Fünf-Sterne-Film für mich. Es ist ein richtig guter Vier-Sterne-Film. Wenn man wie bei mir, ich habe einfach Bock, jetzt wollte ich mal einen guten Film gucken, von dem ich weiß, dass er gut ist und den ich auch lange nicht mehr gesehen habe. Ich muss dazu sagen, ich glaube, ich habe Edge of Tomorrow das letzte Mal geguckt, als er auf Blu-ray rauskam tatsächlich. Ich habe ihn danach einmal im Grobi-Kino gesehen mit einer Testszene im Referenzkino. Das waren meine letzten Berührungspunkte mit diesem Film. Und deswegen habe ich mich richtig darauf gefreut, den endlich mal wieder reinzuwerfen. Und es hat Spaß gemacht.